Hallo Werder-Fans und willkommen zur Analyse des Pokalspiels von Werder gegen den SC-Weich in Flensburg 08. Wie zu erwarten gewinnt Werder und zeigt auch eine ansprechende Leistung. Abgesehen vom Ergebnis und von der generellen Leistung der Mannschaft gab es aber auch ein paar sehr interessante Einzelaspekte, die wir euch jetzt ein bisschen näher bringen wollen. Das große Thema nach dem 2 zu 6 gegen Leverkusen in den Tagen danach in der Aufarbeitung und der Analyse des Spiels war natürlich die Konterabsicherung und das Gegenpressing von Werder, das ja gegen Leverkusen überhaupt nicht funktioniert hat. Nun war es so gegen Flensburg, dass Werder in diesen beiden Teilaspekten tatsächlich ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat. Also zum ersten war durch die Ballbesitzstruktur der Mannschaft, die sehr eng quasi um den gegnerischen Strafraum rumspielen musste, war es immer möglich sofort dann und aggressiv ins Gegenpressing aufzurücken, um dann quasi schon im Ansatz, im Keim die Umschaltmomente des Gegners zu ersticken. Und auf der anderen Seite war die Restverteidigung mit immer mindestens einem oder sogar zwei Spielern in Überzahl gegen den einen Flensburger Stürmer deutlich, deutlich besser als gegen Leverkusen und insofern hat Werder überhaupt keine Kontermöglichkeiten für den Gegner zugelassen und jeden Umschaltmoment des Gegners sofort im Keim erstickt. Florian Kohfeldt hat sich, wie von ihm auch nach dem Spiel gegen Leverkusen quasi schon angekündigt, erneut für Marco Friedl entschieden, also als Startspieler und etwas überraschend dafür Sebastian Langkamp auf die Bank gesetzt und Friedl dann quasi in der Innenverteidigung spielen lassen. Der Plan war zum ersten den Spieler jetzt wieder in die Spur zu bringen, also ihn aufzubauen über ein Spiel gegen den vermeintlich schwächeren Gegner. Und inhaltlich war die Vorgabe so, dass Friedl als Linksfuß natürlich ein bisschen besser passt für den Spielaufbau, weil Werder natürlich ein Spiel erwartet hat, wo nicht besonders viel Platz ist, wo man viel um den Strafraum rumspielen muss und vielleicht auch mal weite Bälle verlagern muss. Und da ist ein Linksfüßer auf der linken Position des Innenverteidigers natürlich wertvoller als ein Rechtsfüßer wie Langkamp, der dann immer aufdrehen muss und mit dem falschen Fuß sozusagen die Bälle diagonal spielen muss und Friedl das aber mit Links sofort in einer Bewegung machen kann. Und Marco Friedl hat wirklich ein starkes Spiel gemacht, hat über 100 Ballaktionen gehabt und hat seine Aufstellung durch Kohfeldt gerechtfertigt. Martin Harnik saß noch draußen zu Beginn des Spiels, ebenso wie Julia Osako, der einmal eine Pause bekommen hat von Florian Kohfeldt. Stattdessen haben Florian Kainz auf der linken Seite und Johannes Eggestein auf der rechten Seite begonnen und beide haben wie Marco Friedl auch ihre Aufstellung absolut gerechtfertigt. Kainz hat ein sehr gutes Spiel gemacht, beide mussten immer wieder von ihren Flügelpositionen quasi parallel zur gegnerischen Abwehrlinie nach innen ziehen, um da Räume freizuschaffen für die Außenbahnspieler, für die Außenverteidiger oder auch für die Achter. Hat sehr gut funktioniert, Eggestein war an drei Toren beteiligt, hat einen Elfmeter unter anderem rausgeholt und aus einer zentralen Position einen super Steckpass durchgespielt beim ersten Tor. Und Kainz, wie immer muss man, ist man schon fast geneigt zu sagen, im Pokalspiel mit einem tollen Fernschuss und noch einer Torvorlage zum Martin-Harnik-Tor. Also man konnte sehen, dass auch der zweite Anzug jetzt in Anführungszeichen für die Flügelposition auch sehr gut passt und das ist eine ziemlich beruhigende Erkenntnis nach so einem Spiel. Wie schon erwähnt, ein absolut souveräner Sieg, ein ordentliches Spiel von Werder, wo das Gesamtpaket einfach gepasst hat in Defensive und Offensive, weshalb wir der Mannschaft die Schulnote 3 geben würden, weil es, wie gesagt, sehr ordentlich war. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass der Gegner auf diesem Niveau nicht wettbewerbsfähig war. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr andere Spieler besonders stark oder vielleicht ein bisschen schwächer gesehen habt, dann einfach wirst du Bescheid in die Kommentare posten bei uns in der Main-Werder-App. Deutlich schwieriger wird die Aufgabe werden am kommenden Sonntag, wenn Werder dann gegen Mainz 05 in der Bundesliga ran muss. Die Analyse dieses Spiels schauen wir uns dann wieder hier an selber Stelle an. Macht es gut und bis bald! 8. 10. 10. 11. 18. Vielen Dank.